Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Bei der Vorstellung des Berichtes zum Anerkennungsgesetz 2015 feiert die Bundesregierung das Gesetz als großen Erfolg. Warum eigentlich? Weil gerade 26.500 Menschen in Deutschland einen Antrag zur Anerkennung ihrer ausländischen Berufsabschlüsse gestellt haben, doch wohl eher nicht. Ich teile also nicht ganz das Lobeslied von Staatssekretär Müller. Die Bundesregierung versprach doch, dass damit etwa 300.000 Menschen geholfen werden kann. Das Ergebnis ist also unbefriedigend. Auch angesichts des hohen Interesses, was eine Million Zugriffe auf die Datenbanken zur Anerkennung von Abschlüssen zeigen. Oder ist es etwa ein Erfolg, dass dieses Gesetz weiterhin vorringlich Ärzteanerkennungsgesetz ist? Immerhin entfallen 62,9 Prozent aller Verfahren auf die Referenzberufe Ärztinnen und Arzt oder die Gesundheitsberufe. Das hilft zwar dem deutschen Gesundheitssystem, ist aber gleichzeitig Ausdruck der Konstruktionsfehler dieses Gesetzes. Auf der einen Seite und der Ausbildungspolitik in Deutschland auf der anderen Seite. Die überwiegende Mehrheit der anerkannten Berufsabschlüsse entfällt auf bundesweit reglementierte Berufe. Doch schon bei der Altenpflege gestaltet sich die Sache schwieriger. Oder bei den Hochschulabschlüssen, die zu keinem reglementierten Beruf führen, wie zum Beispiel den Ingenieurberufen. Einerseits hat die Bundesregierung erst in diesen Tagen beim MINT-Gipfel die fehlenden Fachkräfte gerade in naturwissenschaftlich-technischen Berufsfeldern beklagt. Es werden das Handwerk und die klein- und mittelständische Wirtschaft völlig zu Recht als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft genannt. Andererseits wird jedoch die Chance leichtfertig vertan, dem großen Fachkräftemangel in diesen Bereichen durch Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse zu begegnen. Beim Beruf Erzieherinnen und Erzieher sind die Ausbildungswege und die pädagogischen Anforderungen in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt. Ausländische Fachkräfte haben es hier bei der Anerkennung besonders schwer. Ja, da komme ich ja gleich drauf. Der Unsinn wird auch am folgenden Beispiel deutlich. In Frankreich werden Lehrkräfte der frühkindlichen Bildung an Hochschulen als Lehrkräfte für die Ecole Maternelle ausgebildet. In der frühkindlichen Bildung werden sie aber in einigen Bundesländern nicht als Fachkräfte zugelassen, weil sie in ihrer Ausbildung den Landesbildungsplan elementar nicht kennengelernt haben. In den gleichen Ländern werden aber im Land ausgebildete Sozialpädagogen als Fachkräfte einerkannt, obwohl sie während ihres Studiums auch nichts von dem frühkindlichen Landesbildungsplan erfahren haben. Kindereinrichtungen mit bilingualem Konzept müssen darum entweder auf Muttersprachler verzichten oder sie als Nicht-Fachkräfte prekär absichern. Auch bei bundesrechtlich geregelten Berufen kann die Anerkennung vom Land zu Land unterschiedlich sein. Und das beweist einmal mehr wieder die Unsinnigkeit des Kooperationsverbotes. Damit hätten wir das, dass man das ja regeln könnte. Der sich entwickelnde Anerkennungstourismus zwischen den Bundesländern kann doch wohl nicht wirklich Ziel dieses Gesetzes sein, kann ich dazu nur noch sagen. Und wir brauchen hier dringend einheitliche Anerkennungsverfahren. Auch noch auf einen Aspekt möchte ich hinweisen. Die fehlende Anerkennung der Berufe des dualen Systems haben auch deutliche Auswirkungen auf die tarifgerechte Bezahlung. Ein klares Bekenntnis wäre es hier zu guten und gerechten Löhnen für gute Arbeit, wie dies die Sozialpartner gemeinsam mit uns Linken fordern. Wenn es gelänge, mit einem in diesem Projekt verbesserten Anerkennungsgesetz gerade auch die Anerkennung der Berufe des dualen Systems zu erreichen. Ob jemand seinen im Ausland erworbenen Abschluss hier in Deutschland anerkennt bekommt, ist aber auch eine Frage der Kosten. Diese variieren zwischen den Bundesländern und den unterschiedlichen Berufsarten teilweise sehr erheblich. Im Kammerbereich zum Beispiel schwanken sie zwischen 100 und 600 Euro. Diese Unterschiede sind doch nicht durch einen unterschiedlichen Aufwand zu erklären. Darüber hinaus steht zu befürchten, dass die Kosten für eine individuelle Gleichwertigkeitsprüfung sowie für die Analyse von Qualifikationen noch weitaus höher liegen. Also das ist sicherlich kein Anreizsystem und es schreckt vielmehr ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Linke kritisieren die Aussage im Gesetz und im Bericht mit der Anerkennung ausländischer Abschlüsse zuerst, den Fachkräftemangel in Deutschland beseitigen zu wollen. Für uns stehen aber die Menschen im Mittelpunkt. Das Gesetz setzt hier eindeutig die falschen Prämissen. Eine wirkliche Willkommenskultur sieht anders aus. Wenn, wie die frühere Bundesministerin Frau Schawan sagte, die Anerkennung der Abschlüsse eine Frage der Gerechtigkeit und des Respekts vor der Qualifikation von Menschen sei, dann muss an diesem Gesetz und an der Anerkennungspraxis wohl noch heftig gearbeitet werden. Vielen Dank. Für die SPD spricht jetzt...